Felsen! Felsen! Donnerwetter! Bleib bei der Sache! Dahinter ist die Zugsteuerung. Aber ich schätze, der Felsblock gehört nicht dazu. Keine Sorge, ich kann alles reparieren, wenn du den Felsen entfernen kannst. Kein Problem! Höchst erstaunlich! Was meinst du, wie viel Gewicht kann Mully da haben? Bleib bei der Sache! Stimmt! Okay! Phil, dauert es noch lange? Gut wie! Ich hab's! Gut gemacht! Gib mir 5! Du meinst wohl, gib mir 16! Ups! Wie wär's denn mit 4? Max meint, ich soll mir die Uhr ansehen. Er sagt, als großartiger Ingenieur könntest du den Alarm untersuchen und vielleicht die Uhr reparieren. Oh je! Ein Moment! Max hat recht. Vielleicht kann ich helfen. Aber das ist keine Uhr. Erwartest du jemanden? Wer seid ihr denn? Und was seid ihr? Tennis! Die Uhr! Die Uhr! Was ist mit der Uhr? Was ist mit der Uhr? Oh, die Uhr, klar! Sie muss noch aufladen, also vielleicht geht ihr einfach freiwillig? Außerdem riecht ihr mir viel zu streng. Hey! Das war ein Kinderspiel 6-6-5! Sie wollen die Omni! Ich meine, sie wollen deine Uhr bärmen! Tut mir leid, der Plan muss ins Wasser fallen. Die Uhr bleibt bei mir! Sturzblut! Na, wie gefällt euch das Leben im Aquarium? Warte mal, ich dachte ich kann Wasser kontrollieren! Viel Spaß in der Kanalisation! Oder auch nicht! Ich hoffe ihr habt Lust zu... Rennen? Oh oh! Danke! Haha! Ihr müsst schon eine Spur schneller sein, Freunde! Okay, ich probier's mal andersrum. Was für ein kräftiger Handschlag! Zu schade, dass du nicht schnell genug... Wie kommst du bloß so nah an mich ran? Ich bin der Schnelle hier! 6-6 kann mit deiner Geschwindigkeit nicht mithalten. Ich hingegen bin nicht so leicht zu beeindrucken, Kineseraner! Wen nennst du bitte Kenny? Sellerie! Sellerie, Mann! Was du bist, ist für uns unwichtig! Was du hast, ist da! Gib es uns! Und du überlebst vielleicht! Oh Mann, oh Mann! Ihr gönnt einem keine Pause! Der liegt hier hinten! Oh ja! Schickes Teil! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Tennis, wir haben ein Problem! Wir haben keine Bremsen! Das fehlte mir gerade noch! Es gibt ein Problem mit dem Steuerpult! Weil es kein Steuerpult mehr gibt! Ich sehe Licht! Wir sind fast am Ende des Tunnels! Gib uns den Alien! Welchen Alien? Ich habe ungefähr... Zehn! Seht ihr? Na geht doch! Vor der Kletterrebe laufen sie davon! Oh Mann!